Hallo und recht herzlich willkommen hier aus dem Bausimulator 22, hier von dem Hotelanlagenbau. Hier sollen wieder mal unserer Lieblingsbeschäftigung nachgehen und mit Tonguisi. Aber das ist so müh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay. Das hätten wir. Hier ist es leer. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das ist nicht einfach, kann man nicht sagen, aber muss man schon ein bisschen konzentriert sein. Wenn man sich hier nicht die Hilfe vergesst. Untertitelung. BR 2018 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 So spannende Sache, ne? Aber naja. Man kann. Auch wenn nur ein Betonriesen ist. Zeit. Untertitelung. BR 2018 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 sondern wir müssen nach ist ja auch eine große fläche die wieder zu betonieren haben ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Upsi. So, aber Leute, das soll es ja erstmal für heute hier gewesen sein. Dann sage ich mal, schönen Dank fürs Zubeisein. Wow. Und... Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao, Li!